Hallo meine Lieben, ja ich drehe alle Horoskope, ja jetzt ist Krebs dran, Arbeit, also Beruf und Finanz, ja, ich nenne immer Beruf und Finanz, was ist bei dir los, was kommt auf dich zu, bist du vorbereitet, und, 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 positive, negative. Krebs, was ist bei dir los? Eieiei, ich habe einen kleinen Hengen, manchmal, machen die Katzen, was sie wollen, was sie wollen. Äh, äh, äh. iPhone, 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 iPhone,slip. So, jetzt habe ich noch ein paar Minuten. Crepes Drei Karten Das sind eine Geschichte Beruf und Finanz Und wie ist dein Gemüt Das siehst du Krebs Okay, Krebs, was hast du? Eine Geschichte da Neu Zyklus Kommt auf dich zu Arbeits- und Finanzbau Das ist eine Lebensaufgabe Du bist mit Herz und Seele dabei In diesem Beruf Kann auch eine Familietradition sein Jemand etwas übernommen Von der Familie Ein Hotel Oder ein Laden Es ist ein Familienbesitz Familie Stammband Und Finanz Geld schlägt Wurzeln Langjährige Anlagen Ganz wichtig Kann auch Beruf Im Gesundheitswesen sein Allgemein Försterin und Förster Beruf fürs Leben Okay Und es kommt Neuer Schwung Neuer Zyklus Was das aber langt Und irgendeine Situation Hast du daraus gelernt Ganz wichtig Also Ein feuriger Mann Eine feurige Frau Dir das repräsentiert Ja Oder dein Gegenüber Es hatte Jemand hat etwas forciert Mit Gewalt Wollte etwas durch Sich Wie soll ich sagen Etwas forcieren Irgendeine Situation Ja Kann auf dem Arbeitsplatz Deine Familie Kann ein Familienbetrieb sein Ja Und Wollte etwas erzwingen Ja Und ihr habt euch gezopft Ja Es gab Streit Und es wurde viel geredet Viel geredet Über das Ja Und Irgendein Sanftmut Ist bei dir Barmherzigkeit Christus Energie Herzöffnung Herzheilung Güte Ja Engels Sind Im Werk Am Werk Und hilft dir dabei Und es hat irgendwas Ich nehme ganz stark wahr Familienbetrieb Familien Etwas in der Vergangenheit Ja Etwas in der Vergangenheit Kehrt zurück Oder ein altes Projekt Wolltest du aufgreifen Oder gewisse Familienmitglied Und es gab Zopf Und viel Gerede Ja Viel Gerede Ja Und Es kommt aber Es kommt Wieder Die Entscheidung Das Richtige zu tun Entscheidungen zu treffen Ja Und diese Streit Ja Diese Phase Diese turbulente Phase Kommt wieder Frieden Ja Liebes Erklärung Frieden Friedensangebot Ja Ihr seid auch sehr emotional So Merke ich das Ja Viel Talent Viel Leidenschaft Viel Temperament Viel Stolz Unternehmungslust Das kommt wieder Ihr seid In dieser Umbruchphase Ja Ich spüre Deutig hier Familien Familienbetrieb Ja Diese ganze Dralala Diese ganze Es geht vorbei Die Engels Sind am Werk Ja Es kommt wieder zur Ruhe Es muss diese Vergangenheit Diese Vergangenheit Oder jemand aus der Vergangenheit Ja Es kann sein Dass jemand gearbeitet hat Bei euch im Betrieb Ein Umfeld Oder Ein Familienmitglied Ist gegangen X Jahre Jetzt kommt wieder Ja Irgendetwas von der Vergangenheit Ja Das müsst ihr Untereinander klären Ja Friedensangebot kommt Ja Ihr werdet das Dieser Umbruch Muster passiert Das alles Von Vergangenheit Wie eine Karma Auflösung In der Form Innerhalb von der Familie Ja Ja Und es kommt dieser neue Zyklus Ja Die Engels Arbeiten mit euch Ja Und es kommt Gerechte Entscheidungen Müssen getroffen werden Man kann sich nicht Entfliehen So merke ich das Ja Und es muss Ganz viel Kommunikation Zusammenkunft Unterhaltung Treffen Dass das über die Bühne läuft Ganz wichtig Ja Und du wirst Ja Finde die Lektion Entdecke sie den Zweck In einer Situation Vertraue darauf Dass du lernst Ja Und dann kommt dieser neue Zyklus In eurem Umfeld Ganz wichtig Ja Und wie ist dein Gemüt Ich bin verletzlich Ja Das ist halt diese Phase Der Umbruch Ja Es muss so alles kommen Steht ja Entdecken sie den Zweck In einer Situation Okay Das geht vorbei Ja Du bist halt sensibel Ja Es ist viel Vieles hochgekommen Und vor allem Wenn es um Familie geht Das sind die Emotionen Ja Ihr seid sehr leidenschaftliche Familie Kann es sein Das ist Latinos Ja Sie haben dieses Temperament Ja Sehr Leidenschaft Dahinten Vor allem wenn es Ein Familienbetrieb ist Es hat Geschichte Ja Vergangene Geschichte Ja Vorfahrene Geschichte Okay Das war's Krebs Jetzt kommt Löwe Bye Mua